Triggerpunkte im Temporalis Muskel sind auch häufig verantwortlich für Schmerzen im Kiefergelenk. Um den Temporalis Muskel zu lokalisieren, könnt ihr mit den Fingern an die Schläfe legen und den Unterkiefer zusammendrücken und spüren dort, wo es sich bewegt. Dann könnt ihr den Unterkiefer locker lassen und mit den Fingern und kreisenden Bewegungen drei bis vier Sekunden in schmerzhaften Punkt drücken.